Herzlich willkommen in unserer Praxis für Sprachtherapie. Bei uns kommen Sie immer in die richtige Sprechlaune, denn die Farbe der Sprache ist bunt. Gut gelaunt und fachlich hochqualifiziert helfen wir Ihnen, Ihre Sprache zu heilen. Aber auch beim Lesen, Schreiben und Schlucken unterstützen wir Sie gerne. Gemeinsam mit unserem großen Team arbeiten wir in Eisenach, Mark-Suhl, Herleshausen und Riechheim. Wir machen auch Hausbesuche und betreuen konsiliarisch das St. Georg-Klinikum Eisenach. Auf der neurologischen Akutstation geht es darum, die Patienten nach einem Schlaganfall schnellstmöglich zu betreuen, um die Sprache anzuregen und das Schlucken zu überprüfen. Eine gute Zusammenarbeit mit den Ärzten und eine intensive Betreuung bei den rehabilitativen Maßnahmen liegen uns dabei sehr am Herzen. Bei uns muss keiner lange warten und Ihre Therapeutin holt Sie sogar persönlich im Wartezimmer ab. In einem hellen und freundlichen Ambiente können Sie entspannen oder Neues lernen. Wir behandeln mit viel Liebe und spezialisiert als Fachtherapeutinnen für neurologische Störungen, Stimmstörungen, Stottern, Leserechtschreibschwäche und klinische Lerntherapie. Mit psychologischer und kinesiologischer Beratung und Naturheilkunde stehen wir an Ihrer Seite. Täglich erleben wir Erfolgserlebnisse und sehen die Fortschritte unserer Patienten. Gerade in der Arbeit mit Kindern ist das immer eine große Freude und gibt unserer Arbeit Sinn. Um in der Therapie das Beste für Sie rauszuholen, besprechen wir die Therapieziele mit Angehörigen, Ärzten und Einrichtungen und arbeiten unterstützend mit medizinischen Geräten wie Reizstrom oder Schallwellen. Im Einsatz kommen auch Tongeräte, Schläuche, Musik und eine große kreative Ideenvielfalt. Als Heilpraktikerin verknüpft Frau Sanev ihre Erkenntnisse in der Logopädie und unterstützt die Behandlung wirksam mit Homöopathie. Gemeinsam lassen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen in die Teamsitzungen münden, in der wir uns im Sinne unserer Patienten austauschen, fachlichen Rat einholen und uns gegenseitig weiterbilden. Immer in Sprechlaune sind wir voll dabei und für Sie engagiert. Haben Sie weitere Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Vielen Dank!